mycity.ch empfiehlt folgendes Unternehmen. Im Restaurant Grill Takeaway verwöhnt man Sie mit köstlichen portugiesischen Spezialitäten. Das 2013 gegründete Lokal bietet nicht nur Feines vom Holzkohlegrill, sondern auch landestypische Speisen wie Eintopf, Feijoada, Tintenfisch und Kult-Süßgebäck wie Pasteldenata und andere vielseitige Back- und Konditoreiwaren. Eine große Auswahl an portugiesischen Weinen rundet die herrlichen Gerichte perfekt ab. Das Restaurant besteht aus zwei Räumen, einem Bereich für Takeaway, welcher Platz für 38 Gäste bietet und einem größeren Saal, welcher 160 Plätze bereithält. Auch Partys und andere Festlichkeiten können dank hauseigenem Catering-Service regelmäßig mit köstlichen Gerichten beliefert werden. Besonders hervorzuheben ist die zuvorkommende und freundliche Art des Inhaber-Ehepaars Rodrigues und ihre 21 kompetenten Mitarbeiter. Überzeugen Sie sich selbst von Qualität und Geschmack im Restaurant Grill Takeaway.